Nein, das ist ja nicht wahr. Mit dem Schopperlenker? Oh, das war meine größte Sorge. Hoffentlich hat er das Bild, verspricht, wie das Bild aussah. Wow, geil. Super. Klasse. Das war ein schönes Teil. Ja. Endlich hat es geklappt. Und damit wir das Ihnen auch direkt geben können, lassen wir uns mal zusammen ins Büro.